Uns ist wichtig, dass das Schulessen eine gute Qualität hat, dass es gut schmeckt und dass es möglichst regional, saisonal und in Bio-Qualität ist. Da haben wir nach den Kriterien gefragt. Aktuell werden zwölf Schulen neu vergeben und wir wollen wissen, nach was für Kriterien denn die Schuhkettler ausgesucht werden. Denn wie gesagt, uns ist wichtig, dass wir hier hohe Qualitätsstandards ansetzen, denn gerade für die Grundschülerinnen und Grundschüler ist wichtig, dass sie ein gutes Essen mittags bekommen.